Okay, da sind wir wieder zu einer weiteren Runde Minecraft Hardware. Ich hoffe, das klappt mit dem Stream alles, weil gerade noch ein Watt hochlädt. Das konnte ich jetzt dann nicht mehr vermeiden. Aber wozu hat man den VDSL 100? Und es ist ja nicht so, als würde Twitch die unbegrenzte Bandbreite annehmen. Ich musste gerade noch bei StreamCode was einstellen. Aber wir haben heute einiges vor. Wir haben in letzter Zeit öfter wieder Siedler gestreamt. Und ja, der gute Xiaomi, der auch gerade hier im Chat ist, hat den Subs verschenkt. Und das haben wir noch so ein paar Leute gesuppt. Wir haben also ein bisschen was vor uns. Und damit kam ich zu dem Ergebnis, dass unsere Raid Farm nicht mehr gut genug ist. Wir brauchen eine Stacking Raid Farm. Da führt jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Und das habe ich vorbereitet zwischen den Streams. Äh, genau hier. Ja, die zwei Schulkerboxen sind dafür. Ich nehme aber auch noch ein paar Schienen mit. Und Minecarts. Äh, habe ich hier Boosterschienen drin? Ja, aber nicht viele. Das sollte ich vielleicht bei der Gelegenheit gerade ändern, weil... Boosterschienen werden wichtig sein, glaube ich, damit wir... Damit wir das, äh... Damit wir die Villager am Ende da reinkriegen. Ich glaube... Ja, Eisen habe ich ja in der einen Schulkerbox. Also Minecarts können wir dann bei Bedarf machen. Äh, ich habe mich ja lange gesträubt wegen der Stacking Raid Farm. Aber das Ding ist... Ich habe festgestellt... Also ich habe mich gesträubt, weil das Ding muss... Innerhalb eines Chunks sehr präzise gebaut werden. Also die Koordinaten innerhalb des Chunks sind wichtig. Das ist so ein Ding. Aber wie sich herausgestellt hat, äh... Der gute Ian Exo4, der das Ding gemacht hat, hat... Daran gedacht. Und, äh... Hat dann nicht nur den World Download dazu gestellt, sondern auch bei der Schematic, die ich verwende. Hat er sichergestellt, dass da... Praktisch... Man, äh... Man hat praktisch schon einen Referenzpunkt. Damit man das, äh... Das sieht man gleich. Wir haben praktisch schon so einen Referenzpunkt, damit wir sehen können, dass es richtig ist. Huch, ja. Okay, weil ich gerade die eine Mod aktiv habe, ist der Stick immer noch irgendwie so ein Zauberstab. Wo ist Redstone? 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 Wo bist du? Da. Wenn ich jetzt auch das Rezept von der Boosterschiene im Kopf habe... Wir brauchen Gold. Nicht die Sticks in der rauen Menge. Moment. Also Sticks brauchen wir auch. Habe ich richtig gesehen, ne? Ja. Aber wir brauchen nur einen Stack. So. So. Den nehmen wir mit. Wir gehen nochmal einer runter. Wir müssen auch noch erstmal die Bäume machen, habe ich festgestellt. Ich will das zuerst machen. Damit auch mal die Leute, die die Bäume haben, die auch mal sehen dürfen. So. Und dann füllen wir hier mal gerade auf. Eigentlich brauchen wir auch fast nur die... Die hier, weil die normalen habe ich für die Abbiegungen, wenn wir welche brauchen, können wir ja da raus holen. Da brauchen wir aber gerade nochmal eine Schulkerbox. Für Schienen müsste man eigentlich auch mal eine Schulkerbox machen. Ah, das stimmt. Was ich jetzt auch drin habe, ist, dass wenn ein Stack leer ist, dass dann meine Hand direkt nachgefüllt wird. Das Problem ist nur, das macht er auch mit Schulkerboxen, die nicht benannt sind. Das ist so ein Ding. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde. So. Wir benötigen... Ich habe extra eine eigene Kiste dafür inzwischen. Wo ist es? Achso, ich dachte schon, wer bist du denn? Okay, ja, der Skin sieht ein bisschen kaputt aus, aber... Oh, Korallen. Nautilus, Nautilus ist kacke. Aber Pozzol und die... Dinger, die wollen wir doch mal nehmen. Ich glaube, für Pozzol habe ich auch noch keine... Habe ich noch kein Dings, keine Stelle im Sortiersystem. Das muss ich natürlich noch ändern. So, wo ist das Baumkit? Ich habe noch extra eins dafür gemacht. Wo ist denn das? Da. Mit allen Blöcken, die wir brauchen könnten. Oder fast allen. Genau, da fällt mir ein. Eine Änderung, die ich noch machen wollte. Eine Kleinigkeit, das machen wir gerade. Über das Enchanting-Setup. Wir wollen ja ein bisschen auch unseren Reichtum flexen. Wobei ich gerade feststelle, wir brauchen ein paar Diamanten mehr dafür. Du hast... Genau, ich habe mal die eine Spitzakum benannt, dass ich die besser unterscheiden kann. So. Wir brauchen 36 Diamanten dafür. Hier ist unser Enchanting-Setup ein bisschen bonziger aussieht. Und wir brauchen auch nochmal 36 Gold. Und wir brauchen auch nochmal 36 Gold. Hi Diesel, willkommen zum Stream. Die Frage ist, wollen wir die Diamanten in den Ecken oder das Gold? Ich würde eigentlich ja sagen, das Gold. Sieht jetzt ohne Shader, glaube ich, nicht so bonzig aus, wie ich gehofft hatte. Der Shader unterstützt jetzt übrigens auch, also der hat jetzt irgendwie so einen grunden Zügen farbiges Blocklicht. So sieht das dann aus. Man sieht, das hat jetzt so einen kälteren Ton hier aus dem, aus dem, aus der Sea Lantern. Das Fackellicht ist deutlich wärmer, das Licht hier auch. Mir fällt auch gerade ein, was ich auch noch einrichten wollte, ist, äh, eine Verbindung, dass die Eimer, ne, genau, dass ich wollte irgendwie hier was einrichten, so einen Trichter, dass die, äh, vollen Lava-Eimer, die wir oben auffüllen, dass die direkt hier reingehen können. Dass ich das nicht immer manuell nachfüllen muss, aber das schaffen wir heute, glaube ich, nicht mehr. Vor allem, wenn Leute noch Gebrauch von den neuen Troll-Optionen machen, die wir dann auch vorbereiten müssten. So, aber ich mache jetzt erstmal die Shader wieder aus, weil, äh, ja, ich bräuchte eigentlich dringend eine neue Grafikkarte dafür. So, Feuerkorallenblock packen wir weg. Und dann werden die Bäume gemacht. Hier fällt, so, der Panda Jaguar, der wollte White Glass als Stamm und Rhyang Obsidian als, äh, Krone. Ich muss sagen, umgekehrt fände ich eigentlich sinnvoll, aber es muss ja eher wissen. Ähm. White Stand Glass, warte, ich habe hier ein bisschen White Stand Glass drin und wir brauchen das eigentlich gar nicht. Okay. So, wo ist Crying Obsidian? Das war hier unten, oder? Jawohl. Ein Stack sollte genügen. So, das Baumkit, das hat auf jeden Fall die Saplings, wobei Saplings haben wir, glaube ich, auch da auch schon gesetzt. Also, das ist nicht das Problem. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht ständig hin und her laufen müssen. Ich denke, wir werden, ich weiß nicht, ob wir alle Bäume schaffen werden heute, aber eigentlich muss ich. Es ist schon so lange überfällig. So, Moment, Panda Jaguars Baum ist aber schon da drüben. Der steht schon. Und ich sollte vielleicht auch gleich Die Baumliste, ich habe ja auch, ich muss ja ein Buch darüber führen, wo die ganzen Sachen sind. So. Das ist, Panda Jaguars über Twitch, das heißt, es ist einer mit dem Gliedernenschild. Ah, da, danke für den Chia. Wo, wo ist dein Baum? Der ist irgendwo hier. Hä? Also, dann kommen wir aber hier ans Ende. Doch, hier bist du. Hier bist du. So. So. Und zwar, dann kriegen wir nämlich auch hier wieder die Sachen zurück. Ich verstehe nicht so ganz, warum du das weiße Glas als, äh, als Stamm haben wolltest. Nicht als Krone. Aber du musst dir ja irgendwas dabei gedacht haben. Meine Cryning Obsidian sieht halt auch als Krone gut aus. Aber Glas, ich, hab ich mich auch hier, war ich erst ein bisschen irritiert, als du Glas für den Stamm genannt hattest. Weil den Großteil vom Stamm sieht man ja gar nicht. Ich glaube, du solltest vielleicht jetzt schon aufgeben, zu versuchen, Creative zu verstehen. Okay. Er geht über menschliches Verständnis hinaus. Okay. Okay. Jetzt braucht Crying Obsidian gar nicht so lange zum abbauen. Und das Schild machen wir noch wieder dran. Moment. So. So. Schreibt sich der Name. Und wir brauchen einmal Purple Die. Und einmal Glowing Sex. Haben wir alles? Yo. Ich hoffe mal, es wird jetzt den Chatverlauf nicht aktiv verfolgt. Wenn ich den Chatverlauf nicht mit dem Pall zum Stamm. Zu spät. So. Genau. Dein Baum ist fertig. Habe ich das schon geändert? Panda Yago. Wir haben weißes Glas und Crying Obsidian. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. Irgendwann muss ich mal irgendwie so ein Screenshot davon posten, was für eine absurd detaillierte Liste ich für diese Zuschauerbelohnung führe. Was da für eine Logistik hinter steckt. So. Das heißt, Bandai Jaguar kann raus. Das sind schon mal zwei Zeilen. Und dann gehen wir einfach mal die Liste hier durch. QtCat33 ist der oder die Nächste. Moment, ich brauche aber unbedingt dafür. So. Ich bin nebenbei auch reinkauft. Ach, ich meine gut, ich kenne so viele Streamer, die ich gut finde. Aber wo ich auch sage, wenn ich die Streams gucke, ich mache dann trotzdem noch andere Sachen, also die Zeit habe ich gar nicht, dass ich da jetzt, dass ich jetzt stundenlang nur zuschauen könnte. Das ist so ein Luxus, der ist in den letzten Jahren leider verloren gegangen. Okay, gut, das war die Kaktus-Farm unter uns. Ich finde es immer komisch, dass Wolle und Kaktus den gleichen Sound haben. Hi Evil, willkommen zum Stream. Und wir haben neue Emotes. Das ist natürlich jetzt nicht so passend für Minecraft, aber es ist cool, dass wir sie haben. Inzwischen habe ich auch den Bogen raus, wie man animierte GIFs macht. Nur leider haben wir nicht mehr Slots. So, das ist CuteCat1233 und der, beziehungsweise die, kam über Twitch. Genau, Stufe ist alles 1 hier. Kann ich mal standardmäßig schon mal eintragen. Kein Siedler. Nein, ich muss auch nochmal was anderes spielen. Wenn ihr mir so viele Abos, wenn ihr so viele Abos auf meinem Kanal verschenkt, muss ich ja auch die Kanalbelohnung, also die Abo-Belohnung einlösen. Wer wollte eigentlich die Wolke haben? Ähm, das fand ich einfach passend. Weil man auf der einen Seite eine Stimmung damit ausdrücken kann und auf der anderen Seite habe ich jetzt irgendwie noch als neue Zuschauerbelohnung für... Wobei, mir fällt gerade ein, ich habe die Zuschauerbelohnung nicht angepasst. Ich glaube, ihr habt noch die falsche Zuschauerbelohnung. Moment. Dann seht ihr nämlich auch die neuen. Okay. Dann kommen nämlich genau, weil jetzt waren nämlich gerade noch die ganzen Siedler 4 Belohnungen aktiv. Und unter anderem auch, dass jetzt, wenn ich Maja spiele, könnt ihr mich zwingen, den Fruchtbarkeitszauber einzusetzen. Ich brauche unbedingt auch mein Emerald Wallet. Wir haben nicht genug, äh, Emerald sonst. So, wir müssen mal gucken, ob jetzt eure, äh, jetzt die Zuschauerbelohnungen bei euch, äh, geupdated sind. Ich hoffe, dass ich nicht den Stream dafür neu starten muss. Wäre uncool, wenn es so wäre. Moment, wir machen kurz so und so. Ich glaube, ich sollte die Bäume, also zumindest die Standardbäume, einfach im Voraus schon bauen. Auf der anderen Seite werden das ja normalerweise nicht so viele. Also nicht so viele gleichzeitig. Das ist ja eher die Ausnahme, dass Leute solche Unmengen an Subs raushauen. Okay, ne, aber das ist eine Eisenschaufel. Warte, bevor wir runtergehen, machen wir hier auch weiter. , okay. Was geht gerade in meinem Chat ab? 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 Da muss man den kennen. So, wir haben... CuteCat habe ich. Stryker014. nein der hund der sagt mir gerade nichts nein der hund der hund der okay wir brauchen emerald bekommst du von twitch eine statistik wie viele leute ohne sub jetzt also meinst du wie youtube das macht dass man praktisch eine statistik hat wie viele mit und ohne sub also das kriege ich nicht ich krieg eine statistik am ende von jedem stream wie viele einzigartige zuschauer ich hatte und wie viele leute gleichzeitig also zum höchsten zeitpunkt noch viele das durchschnittlich waren und wie viele leute halt also wie viele subs verschenkt gekauft sonst was wurden das stimmt alle subs können sich aussuchen was der baum bestehen soll mit gut bei t1 gibt es ein paar einschränkungen also jetzt nicht diamant blöcke oder sowas aber das ist doch relativ frei und wird ja noch freier der discord hat dafür bringt sogar einen komplett eigenen channel es wäre nur wichtig dass ihr eure discord mit twitter wurden habt damit ihr da auch die entsprechende rolle automatisch kriegt okay wir müssen noch mehr setzen es ist zu wenig okay 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 es legt ja ich sehe es gerade das ist gerade dazu gekommen es liegt nicht an dem upload starten den stream einmal kurz neu das auch schon ewig dauert ich hoffe jetzt schon wieder frames das geht nicht aber es hat auch gerade jetzt angefangen also es liegt nicht an 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 dings an dem upload aber hat hatte youtube nicht mehr die sogar die fähigkeit dass man upload pausieren konnte upload abbrechen schweren herzens jetzt müsste es eigentlich wieder gehen dann war es doch der upload aber ich frage mich warum hat doch funktioniert zumindest am anfang ich frage mich auch ganz ehrlich wozu habe ich noch 100k leitung wenn sich dann eine anwendung doch alles kallen kann also dass das nicht war wie gesagt switch kreilt sich eigentlich nicht so viel du kannst ja mit maximal mit einer bitrate von 6000 kilobits stream bei twitch anders als bei youtube da geht ja wesentlich mehr aber jetzt müsste ich wieder okay sein muss ich beim wenn ich den wort rendere muss ich dann gucken dass ich den chat synchronisiere aber ich müsste jetzt zwei separate aufnahme dateien haben dafür das heißt das ist noch relativ easy so pass auf wir brauchen nicht den stick 100k download ja aber auch beim upload wie gesagt twitch kann sich eigentlich also twitch braucht also beim twitch ist normalerweise nicht der upstream der flaschen halt sondern die leistung halt von deinem rechner und wie schnell das ding halt das zeug halt in echtzeit kodieren kann deshalb haben ja viele noch ein extra stream pc der das übernimmt so wer sind die nächsten die werden auch eingetragen und dann gibt es die farbe und fackeln okay jetzt brauchen wir aber auch die jetzt brauchen wir auch stairs pass auf die armor stands packen wir hier rein so pass auf wir haben noch zwei die können weg so drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn minus zwei sind elf das heißt wir nehmen 96 stufen mit das sind pc eventuell über wlan verbunden ja aber das war auch nie ein problem also bis auf während der wm und anders kann ich es leider auch nicht lösen ja wir hydrieren gleich moment ich will erst noch gerade die sandstein stufen holen warte welche habe ich dafür genommen die die clean oder die normalen das sind die normalen oder ne warte sandstone stair ist ja die normalen oder 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 die Aber spätestens mit dem Stream-Neustart solltet ihr ja jetzt auch die neuen Zuschauer-Berlohnungen sehen können. Da habt ihr dann die Chance, mich ein bisschen zu trollen. Wobei, wenn ihr das in diesem Stream einlöst, dann müssen wir es auch erstmal einrichten. Im Sinne von, da müssen wir die Sachen erst mal erstellen. Wir brauchen Erde. Ich habe vorhin Erde weggelegt. Mit den Stuhlker-Boxen, das nervt, dass die immer nachgezogen werden. Not gonna lie, das ist scheiße. Sollen die trinken? Ihr könnt trinken, was ihr mögt. Ich mache euch da keine Vorschriften. Ich bin nicht euer Papa. Ich bin nicht diese Art von Streamer. Ich bin nicht euer Papa. Und dann, was ihr mögt. Ich bin nicht euer Papa. Ich bin nicht euer Papa. ähm, Moment fünf haben wir hier, so müssen wir später dann noch irgendwie was drunter packen ähm wenn das nichts wird mit der Karriere als Gott, dann wär er doch Vater mhm ähm äh 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 So. So. Item jetzt adoptiert seine L3-Subs. Das ist ein Verlustgeschäft, würde ich behaupten. Ich glaube, im besten Fall ist das ein Ponzi-Scheme. Weil irgendwoher muss ja auch das Taschengeld für die Subs dann kommen, wenn ich die adoptieren soll. So. 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 Jetzt bin ich in der Taschengelterhöhung. Jetzt geht es schon los. Du willst kein T3 haben. Also selbst wenn, würde dir keine Adoption zustehen. Dinge, von denen ich nie dachte, dass ich sie in einem Minecraft-Stream sagen würde. Wenn die Eltern verwalten, dann würde ich jetzt die Kinder anlegen, was die Reihen funktioniert. T3-Abos. Ja, damit unterstützt man Bezos. Okay, ja. Kann man gelten lassen. Der ewige Kreislauf des Geldes. Ist das nicht so eine Unternehmerweisheit? Man muss sein Geld so anlegen oder so investieren, dass es wieder zu einem zurückkommt. wasser. ja genau also das meinte ich auch beziehungsweise dass das geld zu dir zurückkommt und das was du ursprünglich dafür bekommen hast schwert downgrade machen wir nach dem hier hoffentlich ich bin mal gespannt auf der stream könnte so ein bisschen komplizierter werden wieso spawnt hier so viel shit wenn ich bedenke dass das ja genervt wurde also in dem sinne dass jetzt blocklicht level 1 ausreicht um spawns zu blockieren welche kann man das deep dark finden ich glaube unter null und vor allem in den bergen also in den extreme mountains oder wie das biom heißt ganze shit der hier rum ist schlimm wobei warte die knochen können wir gleich noch brauchen die waren wir tatsächlich auch noch nicht im deep dark und ich glaube mit meiner version des texture packs funktioniert auch dass der warden der wurde für dieses texture pack komplett neu entworfen und ich glaube das funktioniert wegen meiner mods nicht korrekt weil es halt eigentlich für optifine und so ausgelegt ist und da ich das nicht mehr verwende und die mods die es ersetzen noch nicht volle feature parität haben ist der warden noch nicht also der sieht ganz komisch aus irgendwie komplett kaputtes modell und alles habe ihn tatsächlich auch noch nicht gesehen wie er aussehen soll weil ich glaube also als der rauskam hat halt die adamisa bewussten nicht keine screenshots vom warden gezeigt so wer sind die nächste wir haben musikultur walk da war ich auch ganz erstaunt dass der noch nicht die nicht auf der dings war noch nicht kein abo hatte weil ich irgendwie im koffer dass er schon mal irgendwann abonniert hatte aber hat auf jeden fall noch keinen baum und titanium soul boy oder dreht das überhaupt in eine zeile ja mensch es geht sogar in eine zeile ich bin begeistert so warte weißes glas benötigen wir nicht mehr wieso trage ich das noch mit mir rum mein inventar management ist echt schrecklich so der baum da ist schon fertig das heißt wir kümmern uns um den wir kümmern uns dann vielleicht erstmal um die bäume so wie sie fertig werden und helfen dann beim rest nach ich rufe jetzt um die totale anarchie aus im zusammenhang mit dem frostpunk video was ich dir gestern geschickt habe ist das irgendwie doppelt bedenklich ich habe auch wieder bock auf frostbank ich muss glaube ich eine ausrede finden das zu streamen abis 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 Habe ich in der Liste, so Moment, Titanium Soul Boy. Ich habe inzwischen auch alle DLCs bei Frostpunk, ja. Wobei ich auch nicht weiß, welches Szenario ich spielen wollen würde. Oder ob ich endlos... Ich habe Bildermode tatsächlich bis heute nicht ausprobiert. So, ich hoffe, dass das mit Monstern jetzt gleich langsam sich mal wieder einpendelt. So, ich höre harbor dich. Ich höre mir。 So, ich höre dir. So, ich höre dir. Tatsächlich war dein Schwert downgraden? Ja, ich habe gesagt, wir müssen das noch einrichten. Das Schwert muss erst noch gemacht werden und das machen wir, nachdem die Belohnung für die Subs, die dafür Geld bezahlt haben. Gesichert sind. Wobei, warte, die Schilder mache ich gleich. Wir brauchen aber noch mal Eisen. Nutzt doch erst mal ein normales Holzschwert. Ja, kann ich mich sogar fast drauf einlassen. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt überlebt. Das ist kein richtiges downgraden. Es wird aber tatsächlich ein verzaubertes Holzschwert. Weil ich einfach die Idee mag, dass du einfach das schlechteste Schwert nimmst. Okay, Goldschwert theoretisch, aber ich fand Holz irgendwie noch lustiger, weil Gold wird gelegentlich auch noch wirklich so verzaubert, weil es halt hat sich sehr gut dafür eignet. Und ich glaube, es hat sich sehr gut dafür eignet. So. Habe ich hier noch Platz drin? Jawohl. Hier muss ich dann auch noch Platz schaffen. Ich glaube, Lava Bucket brauche ich dafür dann auch nicht mehr, weil ich habe extra den wobei, ich brauche den ja, ich bin eher für Dings, ne, für ja, ich muss schauen, wo, was davon ich hier austauschen kann. So, mal gucken, wie viel, wie viel Durability hat das überhaupt? Okay, ich kann ich nicht sehen, bis es, äh, bis ich es mal angedutscht habe. Wenn ich fies sein wollte, könnte ich ja sagen, ich muss das, äh, das Holzschwert verwenden, bis es kaputt ist. Aber das wäre eigentlich, wäre halt, äh, total die Easy Escape Clause. Deswegen machen wir es nicht so. Das, das, ne, warte, den, die Knochen wollten wir ja behalten. Ich muss ja schnell, bis es kaputt ist. Oh, ich habe es gerade aus Versehen als Brennstoff benutzt. Ja, stimmt, das wäre auch ein Easy Escape. Okay. Aber eins mit Unbreaking und Mending müsste ich halt wirklich verwenden, bis der Stream vorbei ist. Aber wir sind gerade, wir fangen mal da drüben an. Wie oft hast du schon den Ender-Drachen besiegt? In dieser Welt oder jetzt generell? Ein Stream-Absturz zählt natürlich nicht als eine des Streams. Aber für wie ehrenlos hältst du mich eigentlich? In dieser Welt 20 Mal habe ich gemacht, äh, extra, damit wir alle End-Gateways haben. Und ich dann nach ruhigem Gewissens anfangen konnte, die Obsidian-Türme abzugraben für das Neta-Monument. Da brauchten wir ja Unmengen an Obsidian. Creative einfach so, ja. Du lehnst dich weit aus dem Fenster. Was mir hier unterstellt wird. Also wirklich. Was machst du, wenn du ein neues Dragon's Breath brauchst? Ich hab noch nie Dragon's Breath gebraucht. Und mich davon abhängig zu machen würde, halt auch bedeuten, dass ich im End nie was bauen darf. Ich hab heute oder gestern sogar noch überlegt, ob, äh, eine Alternative, was man im End bauen könnte. Aber, also was irgendwie, storytechnisch fände ich es interessant. Aber es ist halt leider auch, äh, ich find, das gibt das, äh, ich weiß grad gar nicht, wie hoch das Bild-Limit im, im End ist. Aber ich hab so ne Befürchtung, dass es das nicht hergibt. Vor allem nach unten hin. Weil man hat ja schon ein paar Fixpunkte, wo man bestimmte Sachen haben will. Zum Beispiel das, äh, das Exit-Portal und die Plattform, wo man spawnt. Creative denke mal ein bisschen, wenn der Wortlaufe ist, der Schlimm hier, ohne Speedstreams, ist das doch gar nicht, wie du Propaganda verbreiten solltest. Eben, also. Creative, ich weiß zumindest schon mal, welche, welchen Weg du wählst bei, bei Frostpunk, noch bevor du's gespielt hast. Weißt du gar nicht noch, natürlich. Vor allem ist es auch nicht schwer zu erraten, weil es nur, weil es nur zwei Wege gibt. Und weißt du nicht, wovon ich rede. Solltet ihr Frostpunk spielen, denn Frostpunk ist großartig. Aber auch sehr schwer. Also es fängt schwer an und es wird schwerer. Das ist eins von den Spielen. Das ist eins von den Spielen. Das ist eins von den Spielen. So, der ist jetzt auch fertig. Das heißt, wir können direkt weitermachen. Und dann, Ich finde es übrigens beunruhigend. Ich finde gerade den Mangel an Musik von Minecraft sehr beunruhigend. Hat die Wüste einfach keine oder was ist los? Wirst du gesagt, es waren 15, ja? Ich glaube es war 15,25. Und ja, ich bin danach noch schlafen gegangen und ich war die nächsten zwei Tage mindestens total fertig, weil mein Schleifrhythmus komplett für die Tonne war danach. Und das war ja vorher schon, aber danach war es noch schlimmer. Und das Rändern war auch eine Tortur. Wie zufrieden bist du aktuell mit deinem Chat? Ich bin mir nicht sicher, ob der Chat nicht gleich kippt. Kenne ich. Ich nenne sowas Montag. Hi. 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 Montag einfach unbedingt ein Problem gelöst Hey, das ist zu versuchen, dass so manche Firmen einfach ein Rebranding Aber wenn es nach bestimmten Wirtschaftsvertretern geht, dann sollten wir ja eh alle viel mehr Bock auf Arbeit haben und wir müssen unsere eigene Mentalität überdenken und erkennen, dass Arbeit ja was total Tolles ist und es alles total weiterbringt Ich hab Bock von einem Arbeitgeber fastgab zu werden Hey, ich betreibe hier kein Kingshaming Krater, was schreist du denn so? Ich betreibe hier diese... Ich hab von der Weile tatsächlich noch ein Video gesehen über Kolonialismus in Minecraft Wo es so ein bisschen darum ging, dass es tatsächlich nicht so günstig ist, dass äh... das Spiel ja wirklich eigentlich alles dafür tut, damit du Villager einfach versklavst, entführst, ihre Dörfer zerstörst und plünderst Und dann wieder heilst Gut, letzteres war ja ich nicht dafür vorgesehen, dass man das so abused, wie man es äh... Aber ja, das Problem mit Villager ist einfach sobald du ihnen Freiheit zugestehst, ist halt, äh... bringt sie sich halt gerne mal selber um Ich fände es eigentlich viel cooler, wenn die Villager irgendwie rumlaufen würden und solche Sachen und auch irgendwie ihre Arbeit nachgehen könnte und nicht halt nur auf dem... Irgendwie in der Trading Hall rumstehen Irgendwie in der Trading Hall rumstehen Ich glaub, mein Schwert könnte gleich zerbrechen Guckt euch das an, ich hab nur 59 Durability Ähm, ich benötige unbedingt mehr... Äh, Dings... Ähm... Ach, das ist ne unsichtbare Ding... 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 Okay, die Nacht gab, gerne schneller rumgehen. Hast du schon diverse Farmen auf der Leterdecke gebaut? Ähm, Schulkerfarm, wobei die gerade nicht läuft, weil der Schulker tot ist. Das war eine sehr traurige Entdeckung, als wir das festgestellt haben, dass Schulki tot ist. Und halt eine Goldfarm. Ähm, ist der eine Zombie gerade zu einem Drowned geworden? Ich will nicht schlafen gehen. Ich will nicht schlafen gehen, damit das Tag wird, weil das ist Zeitverschwendung. Müssen es wirklich die Magma-Blöcke für die Goldfarm sein? Ähm, ja, weil es die Spawns von Gegnern, die nicht gegen Magma-Blöcke immun sind, unterdrückt. Oh, du machst ja wirklich gar keinen Damage. Komm, alle einmal weglocken. Ach, da ist auch noch ein Creeper. Bleib mir fern. Jetzt ist diese unsichtbare Spinne schon wieder hier. Das kann sein, dass wir gleich nochmal eine neue... Das Ding ist, in Hard-Mode ist es ja auch noch so, dass, äh... Je mehr Treffer die Tommels überleben, desto mehr Chancen haben sie, Verstärkung zu rufen. So, wir sprinten jetzt einfach mal weg. Oh, da sind noch mehr. War nicht mal... Also, ganz ehrlich, wenn ich mal will, dass die in einer Farm spawnen und ich so nah dran bin, dann spawnen sie nicht. Oh, da sind noch nicht. Okay. Was machst du mit dem Leuchten? Ich habe jetzt auch gerade keinen Shader an. Wenn du Shader anstest, ist Brightness, die Einstellung sowieso total nutzlos. Aber ja, ich kann auch. Ich finde Modi, finde ich zu krass, ehrlich gesagt. Aber wir können auch ein bisschen runtergehen. Okay, die Nacht ist gleich vorbei. Vor allem die Textur von dem Knüppel wird einfach blutig, wenn sie zu wenig... Okay, der eine hat jetzt, glaube ich, Holz aufgehoben, oder? So, Moment. Moment, wir müssen mal kurz das Schwert, zumindest rudimentär, verzaubern. Pass auf, Mending kostet mich 16. Looting 3 habe ich sogar schon. Was habe ich mir extra besorgt? Thorns wollte ich mir noch für die Rüstung, glaube ich, extra drauf machen. Aber jetzt gerade, wenn ich erst mal nur irgendwas drauf habe. Baumholz kriegt ja zum Glück auch leichter die guten Enchantments. Zwiebeling hat 3 und Smite. Das ist eigentlich schon mal ziemlich gut. Ah, ihr habt alle Sachen aufgehoben, deshalb seid ihr nicht despawned. So, noch 2, 3, 4 Bäume sind das. Okay, und jetzt habe ich natürlich auf einmal voll das Glück mit den Bäumen. Wir brauchen aber nochmal... Da sieht man schon, deshalb brauche ich die Striking Raidfarm, weil das hat jetzt so viel Emeralds gekostet. Ihr könnt weg. Dann kommt ja. Mal schauen, was ich wiederholen. Dann schauen, wir schauen, criteria wie ich ihn aus. Dann schauen, wie ich hier im Auskunfts nicht rein. ो Valley! Dann schauen, was ich hier noch mal planiert. Da ist ein bisschen kein Beispiel. Am shakes! Dann schauen, was ich drauf… Dann schauen, was du hier. Ach, es geht um die Facharbeit. Ich habe jetzt gerade einen Moment gebraucht. Über die wollte ich auch noch ein Video gemacht. Da kam ich jetzt auch noch nicht zu. Ich trage auch noch das Crying Obsidian mit mir rum. Das ist auch total unnötig. Das klingt spannend. Das ist auch total unnötig. Das ist das Enchantment Mending. Deswegen war mir jetzt auch so wichtig, dass das auf dem Holzschwert drauf ist. Das ist auch total unnötig. Ich weiß übrigens auch noch mal darauf hin, dass Subs sich auch aussuchen können. Was für eine Form der Baum hat. Wir haben jetzt hier nur Birken. Aber vielleicht wäre es auch cool, wenn wir mal irgendwie ein paar Fußbäume da wären. Gibt es Eichen? Ja, die haben aber die gleiche Form wie Birken. Deswegen benutze ich halt die, weil bei den Eichen können ja die großen Bäume entstehen und die verwende ich dafür nicht. Die sind mir zu unübersichtlich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, aber ich hätte das hier wirklich auf Screen vorbereiten müssen, dass wir das schnell durch haben können. Aber wozu gibt es beim Wort denn Zeitstempel? Klick mich und ich bin ein Shitpost. Was? 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 So, wer fehlt noch? Zu Tuwok und zu Titanium Soul Boy haben wir. Crazy Tombi und Nepo Fine. Warte, hier muss noch... So, Moment. Dann. Ich mach gleich die Farben mit einem Rutsch. Dann haben wir Nero Vega und Wanderdecken 49. Na, komm. Das ist das, was Malware jetzt sagen würde. True. Milan Hunter. Sag ich Milan, Milan? Ich spreche jetzt irgendwie mal Milan aus, weil ich einmal einen Milan kennenlernen durfte. Naftilamin, ist das korrekt? Oder muss ich es mit TH? Ich glaub, gibt's das nicht sogar jetzt in 1.20, dass man Schilder bearbeiten kann? So. Dann haben wir... ...den hier. So, ich würde aber vielleicht auch parallel die Namen eintragen. Nero Vega decken. Dann... Dann... ...dann... ...der Name war... ...der macht ja Probleme. Nerv... ...Dynamin. Das klingt irgendwie... ...das klingt irgendwie wie etwas aus Breaking Bad. So. Und dann brauchen wir noch... ...ja. Cue from Mars 1. Genau. War richtig. Kannst du mal noch größer machen als einen anderen? Nein. Ich muss hier einen Shitpost eigentlich an. Sehe ich aus, als hätte ich Zeit. Hier ist Florian und Samayo. Was ist das mit... War das mit unterstrichen? Ne, ne? Ne, es war zusammengeschrieben. Die 2x2 Bäume sind aber für T1 auch nicht gedacht. Die sind für T2 gedacht und selbst da bin ich bei den Materialien dann auch ein bisschen anders. Weil je nachdem, wie weit das in Masse verfügbar ist, ist es für 2x2 Bäume einfach nicht realistisch. Also muss ich für die 2x2 Bäume auch die Plätze anders planen. Ich muss dann das Spacing ein bisschen ändern, weil ich ja mal 5 Abstand zwischen den Bäumen habe. Aber ich überlege, ob ich hier über den Baum, über der Brücke noch einen extra Baum mache. Vielleicht kann man hier ein paar T2 Bäume einplanen. Das extra war für ein paar große. Ich glaube, hier würde das ganz gut passen. So, dann haben wir noch Annie. 1,15. So, und dann machen wir jetzt bei den allen die Tinte drauf. Boah, das klingt so schmutzig. Na gut, ich meine, die Tintensäcke haben wir ja auch den, äh, den armen, äh, den armen Tintenfischen aus den Eingeweiden geschnitten. Wie hoch sind eigentlich nach allen Abzügen, Twitch, Paypal, Steuern, Sozialversicherung, Schutzgeld, die Einnahmen von einem L1-Tab? Reicht das noch für ein belegtes Brötchen? Das kann ich dir so klar gar nicht beantworten. Ich meine, ich kann, ich meine, das ist ja eigentlich ziemlich allgemein bekannt, das wird schon mal die Hälfte kassiert. Und es kommt ja auch noch, es wird ja auch noch so ganz schlimmer, wenn, ähm, wenn du das Zap in einer Region kaufst, wo es weniger kostet. Dann kommt noch mal weniger an. Ähm. Mir fehlt hier eine, das Baumkitt ist hier. Ach, ich habe eine Schulkapp, das hatte ich so rausgenommen. So. Moment, wir machen die, 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 äh, wir müssen kurz das Inventar aufräumen. Wir machen das, äh, Buch wieder korrekt. Buch. Warum auch immer der Stick da drin ist. Crying Obsidian. Birchlock, Birchlock, Sand. Hier brauchen wir, wir müssen auf jeden Fall die Kiste mal gerade auffüllen. Zumindest mal so grob. Ich mache jetzt nicht mehr nicht die volle Mühe hier. Möchte mal gerade jemand mit Rian einlösen? So, pass auf, wir brauchen mal kurz Emeralds. Wir benötigen, wir brauchen das Looting-Buch. Wir brauchen das Mending-Buch. Ähm. Ich wollte eigentlich keine... So, ganz ehrlich, ich bin sowieso so rich, ich kann das eine Mending-Buch jetzt einfach da reinpacken. So. Ähm, Looting 3. So. Das habe ich auf dem einen Schwert drauf. Sweeping-Edge-Knockback. Sweeping-Edge-Smite-Unbreaking-Knockback brauche ich auf dem, auf dem Ding. So. Nehmt Twitch mehr als 50% bei Subs aus günstigen Regionen. Es kommen einfach generell weniger rum. Sieht man leider gerne mal, äh, auf dem Twitch, äh, nicht Discord, auf dem, äh, auf dem Twitch-Subreddit, dass sich die Leute da wundern, warum sie, warum Subs verschenkt wurden auf ihrem Kanal und dann irgendwie nichts bei ihnen ankommt. Ja, aber ich drehe jetzt noch jetzt meinen Baum um. Nein! So, Wooden Sword. Nein, nicht das. So. Eier-Aspekt will ich tendenziell nicht haben. Looting 2, Sharpness 3. Sweeping-Edge 3. Fire-A- Finde ich Fire-Aspekt auf dem? Ich meine, es ist ja schon gedowngradet, aber Fire-Aspekt ist eher gefährlich. Sharpness 3. Smite 4. Lass ich das gelten? Ich kann eigentlich besser, was Besseres haben. Sharpness 4. Knockback. Ist das eigentlich nicht das, was ich haben wollte? Habe ich noch Sachen übrig? Ich habe ein paar Smite- Ich habe erstaunlich viele Vierer-Bücher übrig. Smite 4. Sweeping-Edge 3. Reign of Apropods. Na, das hätte ich mir jetzt auch Level sparen können. Sharpness. Warte, dann machen wir so. Bluting 3. Wow. Brauche ich das eine Buch ja gar nicht. So, was wollen wir noch? Wir müssen noch einmal Smite 4 so haben. Nämlich ist es der Gliederfüße, ähm, gegen Spinnen und so machst du mehr Damage. Spinnen, ich glaube Endermites, Silberfische. Und irgendwas gab es noch, was als Gliederfüße zählt. Sweeping Edge. So, Knockback wollte ich noch haben. Ist aber erstaunlicherweise hier gar nicht drin. So, ob ich kein einziges Buch mit Knockback habe. Moment, was hatte ich hier alles drauf? Knockback? Unbreaking wollte ich noch haben. Ich glaube, das habe ich aber unter Werkzeuge, ne? Unbreaking 3 hatte ich nicht sogar. Ist hier irgendwo? Nee. Nee, hatte ich nicht. Soulspeed Unbreaking 3, Pod 3. Ich muss irgendwann mal mehr Bücher verzaubern. Sharpness, Power, Infinity, Ripsight. Weil Knockback ist vielleicht auf dem Schwert gar nicht so gut, weil ich ja öfter treffen muss. Und breaking ist jetzt auch erstmal fraglich, ob ich das brauche. Okay, ich kann es aber sofort haben. So, und ich nenne es den heiligen, den heiligen Gummiknüppel. Heilig, weil es ist, äh, ja mit Smite. Oh, ich habe gerade nicht die XP. Ich habe gerade nicht die XP. Ich habe jetzt meine ganzen XP verbraten dafür. Äh, für EP reicht in der Regel eine Enderman-Farm. Creative hat seine 15 Minuten, wir sind erlöst. Bruh. So, jetzt wird es aber Zeit für unser eigentliches Projekt. Oh, wer bist du denn? Mein Schwert ist einfach instant wieder voll. Enderman bekommen wir... Äh, die können spawnen, wenn du Enderperlen wirfst. Und Enderman hassen die Viecher. So, hier sind übrigens die, äh, Villager. Da habe ich noch die Befürchtung, dass das sehr, sehr scheiße wird, wenn, äh... Wenn wir die da rausholen. Da sieht man auch schon den, äh, die Blaupause. Äh, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie einen Platzhalterblock. Wo liegt denn die Chance? Boah, keine Ahnung. 10, 20 Prozent irgendwie. Kannst du bitte nicht von da raus. So. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht, damit das hier kein valides Dorf mehr ist. Das, falls wir hier gleich mit einem, äh, falls wir uns gleich von hier das Bad Omen holen, dass wir nicht direkt einen Raid auslösen. So, und dann müssen wir hier rüber. Hier ist die Schematic. Das ist auch so ein Grund, warum ich keine, äh, keine Sachen anhaben kann. Kein, ähm... Kein Schader. Und hier sieht man, das hat der INX hervorgemacht. Der hat hier diese Glasdinger hingemacht. Die markieren praktisch einen Schank. Die müssen innerhalb der Schankgrenzen liegen. Und man muss es halt mit den Himmelsrichtungen korrekt ausrichten. Und dann ist alles so, wie es, äh... So, wie es sein muss. Wird dein Chat nach... Ich lade alles als Bot hoch. Ich lade alles als Bot hoch. Schreib nichts in den Chat, was, äh, nicht auch auf YouTube stehen sollte. Ähm... Kann ich irgendwie hier... ...was placen? Ich lade alles als Bot hoch. Ich lade alle kommen. Ich lade die YouTube-Community-Guardans ja auch mehr als Empfehlung. Ach, ich... Da ist aber in sich auch nichts dabei hier. Ähm, warte, kann ich? Ja, ich kann das Kelp als Referenzpunkt nehmen, da muss ich nicht ganz weit runter gehen mit dem Stein. So, ich benutze ein bisschen anderes Material, deswegen wird die Schematik auf jeden Fall sich beschweren. Und hier will er Slabs haben. So, wo ist Easy-Place-Mode? Hä? Ach, ich hab die... Shit, ich hab die Dings gar nicht. Die, ich hab ja den Minecraft Launcher gewechselt und deswegen ist das nicht mehr... So, Hotkeys. Easy-Place-Toggle hatte ich, glaub ich, auf Button 5. So. 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 Vielen Dank. Ich sollte vielleicht auch mal die Recording starten, damit ich das im Nachhinein dann als Zeitreifer machen kann. Okay. 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 Kann ich irgendwie... Das muss doch gehen. Da tut sich aber gerade nichts. Okay. 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 Und hier ist Scaffolding. So, die Blöcke sind alle überzählig. Vielleicht muss ich den, ach, das ist ja auch nicht eingestellt. Auto-Keys, so, Page up, Page down, so. So. So, ich werde Twitch nicht 1080p streamen. Ähm, ja, es kommt, das würde von der Bandbreite her vermutlich gehen, aber wahrscheinlich nicht von der Leistung meines PCs. Vor allem nicht, wenn ich parallel auch noch aufnehme. Ich merke ja jetzt schon, dass mein PC an seine Grenzen kommt mit dem Texture Pack und wenn ich den Shader anmache. Ähm, so soll das aber nicht sein. Ah, okay, also anscheinend muss erst das Glas platziert sein. Und, okay, Easy Place funktioniert nicht gut mit Schildern. Aber ich habe es doch sogar schon mit Schildern eingesetzt. Ähm, meine, meine Hardware ist im, ist auf, äh, Twitch gelistet. Und, okay. Und, okay. Und, okay. So, diese, diese Packel müsste bei einer Sub-Junk-Position von 0, 0, 0 sein. Jo, das ist korrekt. Ähm, ein Schild brauche ich noch hier. Das nervt wirklich, dass, wenn ich eins in den Dings nehme, dass dann auch direkt das nächste kommt. Hilfe, jetzt wollen wir das halbe Wasser entgegen. Ich habe gerade eine ganze Nase voll Mineralwasser genommen und ich fange an, die Wirkung zu spüren. 1770 möchte sicher auch gerne mal in Rente. Ja, das stimmt. Aber im Moment ist bei mir leider kein PC-Upgrade in naher Zukunft in Sicht. Ähm, wo ist die eine Chest? Hier. Bist du, äh, 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 Geschenke an das Impressum? ähm, ungerne also auf jeden Fall bitte nicht also ich, so nett es wäre, wenn mich jemand irgendwie hätte mich zu überraschen, aber ungerne, so ganz ohne Absprache weil, äh ja ich weiß nicht, ob ich mich damit wohlfühle äh, wir brauchen mal langsam eine Enderchest hier ähm, dann packen wir holen wir das Redstone Kit so, wir brauchen 20 von den Cobblestones von den Smoothstones so rum nimm was du kriegen kannst und gib nichts zurück das klingt wie eine Ferengi-Erwerbsregel sobald du ihr Geld hast gib es niemals zurück huch, nein, nicht die die sind so wertvoll die Steine wir nehmen die hier so, ich muss auch die Kiste hier mal wieder auffüllen, nöckig ich dachte eher an den Captain was, hä so, genau, das ist das Sortiersystem oh oh na, komm her Smoothstone Slap ich glaube ich bin ja, ich glaube das ist irgendwie gerade jetzt wo der spannende Teil des Chats des Streams kommt wo wir immerhin eine Raid Farm bauen eine Stacking Raid Farm die jetzt auch nicht gerade einfach ist ach ach man naja so so und da haben wir schon wieder keine Dinger Chests hatte ich noch da drin ja, egal jetzt äh wir brauchen auf jeden Fall einmal Souls und einmal Magma Blocks hoch okay, ich höre einen Drowned so wir brauchen Pistons und Observer aber ich habe auch nicht als das Redstone Kit mit aber Redstone Komponenten so platzieren ist einfach so angenehm ähm Dispenser okay Dispenser benötigen wir so ich höre ganz dezent wieder das äh die Chins Blödsinn machen ich hoffe ich hoffe dass sie es äh dass sie es äh noch schaffen sich bis zum Ende des Streams nicht gegenseitig umzubringen ich hoffe ich irre mich aber ich glaube ich musste heute Nacht wieder auf äh auf ihre Etagen beschränken also auf die eine Etage Dropper ähm ich würde schon sagen wieso ist die Action prevented das Chins steht ja voll gut äh Namen für einen Gangster Rapper ja schon irgendwie wo du es sagst warte welchen Berg machen wir oben ich fackele es egal warte da brauchen wir gar nichts so das ist action prevented by easy plays das ist auch immer so weird aber doch hier brauchten wir noch genau wir brauchten da den Seelensand damit da wir später das Seelenfeuer platzieren können bei Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Für einen Chinchilla Zweitkanal definitiv. Aber ich glaube, die Chinchillas bei aller Liebe, ich habe irgendwie so meine Zweifel, dass die einen kompletten Zweitkanal tragen würden. Spencer Armistand Äh, nein. Ach, jetzt auf einmal klappt das mit dem Schild. Aber der übernimmt sogar den Text, aber halt nicht die Position. Das ist komisch. Aber ich sei halt nur für den Drittkanal. Also mit, das muss ich selber tragen, meine ich auch, dass der die Monetarisierungs Voraussetzungen erfüllt. Weil ansonsten macht es mehr Sinn, das auf den Hauptkanal zu packen, wo es auch mehr Leute sehen. So, Moment, wir brauchen noch mal den Dispenser, glaube ich. Und auch die ersten Armistands. Tiervideos und das, was kann ich dir so konsumieren. Äh, so, wir nehmen auch schon mal die ersten, äh, Blöcke für die, 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 die Beacon mit. So, wir brauchen einen Armistands. So, da wir hier sowieso wie blöd, äh, das Zeug, die, äh, die, die Emeralds rauskriegen werden, erlaube ich mir einfach mal hier auch aus Emeralds die Dachen zu bauen. Irgend ein wenig nach einem Pokémon. Ja, das Binchilla klingt nach einem Pokémon, das stimmt. Ich kann mir das voll vorstellen. Seien wir ehrlich, es wäre nicht das einfallsloseste Pokémon. Okay. So, ein, ein Stand kommt auch noch hier hin, aber ich kann, den kann ich nicht so platzieren, der muss ein, 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 ein Wieso ist jetzt Action Prevented by Easy Plays? Was? Bruh. Hä? Sind Armor Stands dezent kacke? Ich glaube, ja. Äh, shit. Moment, also, nur damit das Spiel da mal, äh, Ruhe gibt. So, wir haben... Hier fehlt auch noch ein Button. Ah, warte, der Dispenser muss, glaube ich, den, äh... So war das. Der Dispenser muss, glaube ich, den, äh, Button... den Armor Stand platzieren. Da fehlt ein Observer. Ich seh, es kommt, die Hälfte wird am Ende fehlen. So. 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 Jetzt nachher ein Pokémon auf einer Füspinnie machen, war's. So, wir brauchen mal kurz das Feuerzeug und wir brauchen einen Eisblock. Ach warte, das Feuerzeug ist ein Portal-Kit. Eis musste ich übrigens auch extra holen, aber zum Beispiel gibt es in der Nähe vom Niedern von Moment, welches. So, machen wir es so. Wir benötigen noch, na gut, die Kiste ist eigentlich unnötig. So, wir brauchen das Feuerzeug. So, wir brauchen das Feuerzeug. So, wir brauchen das Feuerzeug. So, warte, Baum-Kit. Wir machen die Beacon mal gerade zuerst. So, wir brauchen das Feuerzeug. So, wir brauchen das Feuerzeug. So, wir brauchen das Feuerzeug. So, dadurch wird dann auch mal noch ein Slot frei, das ist okay. So, ich habe die letzten Wochen fast ausschließlich Siedler-Content gemacht. So, pass auf. So, wir brauchen das Feuerzeug. 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 Modderkarten spielen. Ja, ne, ah, ah, Leute. Also, ich fange jetzt nicht an mit Rampe 69 420. Und was Mods angeht, brah, ich habe irgendwie gefühlt die Hälfte der Mods fürs Spiel selber mitgemacht. War irgendwie direkt oder irgendwie direkt daran beteiligt, dass die gemacht werden. Ja, das war irgendwie direkt. Ja, das war irgendwie direkt. Ja, das war irgendwie direkt. So, wir brauchen Stärke 2. Wir brauchen Schutz 2. Und ich glaube, hier ist Jump Boost plus Regeneration vielleicht ganz... Also Regeneration sowieso, aber ich glaube, Jump Boost als Unterstützung, das könnte ganz hilfreich sein. Jetzt hier gerade beim Bau vor allem. So. Irgendwie fehlt hier eine Leiter. Stell ich fest. Ich weiß nicht, dass er passt. Oh, da muss ein Minecart rein. Aber warum? Da muss ich aber fixen, damit das geht. Moment, hä? Ist jetzt total dämlich? Ich habe doch gerade da noch den zweiten Cauldron gesehen. Liebes, wie hier ständig Sachen reinfallen. So, pass auf. Wir werden so oder so ein Crafting Table hier benötigen. Ähm. Wie kriege ich das hin, dass wir den hier drauf auf den Hopper kriegen? Ach warte, wir brauchen eine Rail, ne? Minecarts dürfen nicht so platziert werden. Na, das hasse ich an so Bauen, dass man ständig irgendwo in den Dingern drin hängt. So, wir brauchen kurz noch einen Piston. Nein. So. So, wir brauchen mal gerade der da fehlte. So. So, da kommt ein Boot. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht im endgültigen. So, wahrscheinlich fehlt gleich wieder irgendwas Wichtiges vom Mechanismus. Ich sehe es jetzt schon kommen. Also, komm. Wo wir schon Easy Place haben, können wir das Schild auch übernehmen. Falls ich vergesse, was wir hier tun müssen. Ähm. Hier ist es auch in die Kneipe. Nein. Ich habe halt meine ganz eigene Form von Kater, die ich erleiden kann. Und das wird nicht besser, wenn ich dann auch noch was trinken würde. Äh, was wollte ich holen? Eisblöcke wollte ich holen. Ja, ich nenne es ein Reizkater. Weil durch den Autismus kann ich, äh... Wenn ich mich zu sehr überfordere mit, äh... Mit Reizen, denen ich mich aussetze, dann, äh... Wird's schlimm. Dann kann es sein, dass ich den... Im schlimmsten Fall in den kompletten nächsten Tag, äh... Out of order bin gedanklich. Das war's. Shit, jetzt ist hier, was ist hier jetzt los? Der eine Rüstungsständer fehlt, aber den hatte ich noch gar nicht geplatziert. Mir fehlt jetzt noch die eine, die eine String. Wo ist die? Button fehlt auch. Ich glaub, der muss nicht wieder dahin, oder? Wo ist die String? Ich mein, ich hab noch eine, so ist es nicht. Da kommt der Wasser, das muss natürlich durch Corona-Impfung. Mhm. Du sagst das aus Spaß, also Leute, die meinen das ernst. Na, shit, jetzt. Warum hab ich das Wasser zuerst gesetzt? Ich will nicht wissen, was du alles ausgetan haben. Ewel, du brauchst das auch gar nicht zu wissen. Das ist nicht dein Job. Okay, sehr gut. Das klang gerade schon so ein bisschen, äh, dezent bedenklich. Und ich muss leider sagen, für Querdenker hab ich keine Geduld. Moment. Ich will auch wieder die String hier. Nein, das ist nicht richtig. Aber sag mir bitte nicht, dass meine Kopfhörer jetzt schon anfangen, den Geist aufzugeben. Ich hab im Moment öfter Störgeräusche auf dem Ohr. Wäre noch ein bisschen früh, finde ich, für die Kopfhörer, dass die jetzt, äh, solange es nicht im, äh, jetzt nicht bei euch ankommt, ist ja alles okay. Aber es wäre, finde ich, noch ein bisschen früh, dafür die auszutauschen. Auch wenn ich sie wahrscheinlich durchaus hätte pfleglicher behandeln können. Oh, okay. Jetzt brauchen wir bestens die Stufen Glas, das füllen wir auf. Ich glaube, ehrlich gesagt, gerade nicht, dass wir die zusätzlichen Armour-Stands brauchen. Hoffen wir mal, dass das reicht. Pistons benötigen wir, war ja klar. Ja, Pistons, weil wir, weil wir hier den Shifting-Floor haben. Okay. Ähm. So. Ich bin immer froh, wenn ich den Laden hier nicht komplett alleine schmeiße. Weil ich das nicht gut kann. True, ich bin nicht komplett alleine und dafür bin ich immer sehr dankbar. So, die sind waterlogged. Aber Easy Place verhindert das. Manchmal ist diese, manchmal ist dieses Ding auch sehr weird. Ja, zu viele Zuschauer, das stimmt, das ist immer so eine Sache. Also, ich sag mal so, käme es bei mir hier so weit, müsste ich in irgendeiner Weise durchsetzen, dass halt nicht so viel sinnloses Zeug in den Chat geschrieben wird. Also jetzt nicht irgendwie, äh, wie es bei anderen Streamern der Fall ist, von wegen ständig irgendwelche Emotes gespammt werden, aber ohne tiefere Aussage oder solche Sachen, weil der Chat einfach dann nicht lesbar ist für die Leute, die wirklich was sagen wollen. Okay. 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 Vielen Dank. Hallo? So. Ähm, wo ist... Wo ist es? Hä? Als ob wir schon durch sind mit dem ganzen... Mit dem... Mit dem Smoothstone. Äh, aber Glas wollte ich noch auffüllen. Okay. tabii n heaven táculent. Oh. Okay. immer gespannt ob wir heute noch mit dem ding hier fertig werden oh ehrstreit im chat oh wie hoch geht das noch ok da kommen komposter da muss ich dann später nennen ach du scheiße da brauche ich aber irgendwie platz warte ich brauche das buch gerade nicht wasser kann ich gerade auffüllen ich könnte ja mein totem ablegen aber das sehe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht ein und 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 Okay, hier brauchen wir schon wieder vier. Gibt es hier eigentlich einen Mod? Der einzige mit Mod-Rechten auf diesem Channel ist Tigerstar. Bisher war auch nicht mehr nötig. Das Höchste, was mal gemacht werden muss, ist, dass das irgendwie im Bot gebannt wird. Das Höchste, was mal gemacht wird. Das Höchste, was mal gemacht wird. Ja gut, Tigerstar schreibt auch nicht im Chat. Also das Höchste, was er macht, ist halt irgendwie mal einen Bot bannen, wenn er ihn sieht. Was darf ich, Mod, wenn du dich schauen würdest, man darf, der dir vorwirft, schwul zu sein? Fühlst du dich deswegen etwa beleidigt oder in deiner geschlechtlich-sexuell orientiert, äh, Orientierung verunsichert? Ich fühle mich meiner endmännlichen Ehre zutiefst verletzt. Na ja, mein's Easy Place ist, Geht das da auch wieder was? Nehmt das auch wieder was nach 0 Uhr. Also ich werde nicht aufhören, bevor diese Farm nicht fertig ist. So viel ist sicher. Ich will, dass diese Farm funktioniert. Und sie wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wahrscheinlich irgendwo ein Rüstungsständer nicht richtig platziert ist oder sonst irgendwas. Ich seh's jetzt schon kommen. Nein! Das sind die falschen. Wenn du so machst, glaub ich, kein Unterschied. Aber ich hab nicht so viele von denen. Ich weiß auch nicht, warum in der Mitte die, warum der da Cleanstone verwendet hat und bei dem anderen Cobblestone. Das blicke ich noch nicht so ganz, was das soll. So, aber. Und da haben wir schon keine Dinger mehr. Wir brauchen mehr Redstone. Wir brauchen das Feuerzeug. Wir brauchen Steine. Nach den Chinchillas könnte man noch einen FSK 18 Film zeigen. Das wäre immer noch safe for work. Jetzt schleim mal nicht hier. Die Chinchillas können auch ganz anders. Sind das nicht Fluchttiere? Ja, aber die können sich vor allem gegenseitig auch sehr fies zurichten. Da haben wir leider auch schon ein paar Sachen gesehen. So, ich leg jetzt doch das, das, äh, das Totem da rein. Sage ich jetzt und, äh, werde wahrscheinlich dann gleich sterben. Weil wahrscheinlich wäre im Moment das Totem sinnvoller als der Schild, weil hier keine Gegner sind. So, das ist eines der wenigen Male, wo ihr sehen werdet, dass ich, äh, mein Totem in der Hand halte. Sind die Chinchillas alle Karens? Nö. Aber wenn die sich mal nicht mögen, also richtig nicht mögen, dann, äh, kann das böse ausgehen. Und manchmal sind sie halt auch echt kompliziert. Und man muss nicht immer verstehen, wieso sie jetzt auf einmal, wie gesagt, unsere zwei Streithähne da, also jetzt hat sich der Käfig schon mal wieder beruhigt, also wenn alles gut geht, ist auch alles okay. Aber man muss nicht so ganz verstehen, warum die im Moment manchmal so ein bisschen streiten. Beim nächsten Moment haben sie sich auch wieder lieb, wenn man sie dann mal zur Ordnung ruft. Ah, okay, da kommt der nächste, der nächste Cauldron hin. Spende noch mal 10, dass du dafür Creative Element tanzt. Übertreibt es nicht. So, einmal der Cauldron. Ich habe viel zu wenig Platz für den ganzen Shit. So, pass auf, die brauchen wir auch nicht, die Potion. So, ich habe irgendwo auch eine Schulkerbox mit Lava-Eimern. So, Das war's. Das war's. Das war's. Ich glaub, das rote Zeug brauch ich jetzt nicht mehr. Das war's. Das war's. Okay, da gleich geht's wieder los. Ich bin lieber der Typ mit dem Popcorn. Was, nein. So, boom, easy plays, easy plays. Okay, das war's. Das sieht irgendwie nicht korrekt aus. Das sieht irgendwie aus, als könnte da der Dude ziemlich leicht raus... Ach wohl, nee, okay. Man kann Ian vertrauen. Der weiß, was er tut. Ach, ich muss jetzt gerade an dieses Meme denken mit Michael Jackson, der Popcorn futtert. Hast du schon eine Creeper-Farm? Nee, werde ich aber auch nicht benötigen, weil Schießpulver kriegst du auch aus Raid-Farms in absurden Mengen. So, die Lightning Rod brauche ich, glaube ich, auf der Zelle ganz oben. Okay. 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 Alright. Let's have. Okay. Cool. Cool. Okay. Ähm, so. Ähm, so. Der Wandernder Händler ist vor der Stalker. Das stimmt. Vor allem ist er halt total lame. Weil er sehr selten mal die seltenen Blöcke hat und dann halt irgendwie nur 8 bis 12 von denen. Und dann denke ich mir so. Also, ich kann auch irgendwie verstehen, wenn man sagt, der Wandernder Händler soll dir auch den Hinweis geben, dass es bestimmte Dinge wie Korallenriffe überhaupt gibt. Aber ich finde, er sollte die Sachen schon in einer annehmbaren Menge verkaufen. Gute Nacht, Xiaomi. Ja, ich weiß nicht, wie es ist, wie es ist, wie es ist, wie es ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hatte ich hier vorhin nicht Wasser platziert? Bin ich jetzt blöd? Wow, okay, ich gleite. Aber wieso funktioniert das nicht? Das wäre potenziell eine gefährliche Situation ohne Totem gewesen. So, ich habe einen Wassereimer dabei. Ich kann einfach so... Ich bin jetzt ein paar Minuten. Aber ich habe auch einen Wasserschlägen. Ich habe einen Wasserschlägen. Ich habe einen Wasserschlägen. Ich habe einen Wasserschlägen. Untertitelung des ZDF, 2020 Was auch immer jetzt gerade den Piston ausgelöst hat. So, pass auf, wir machen kurz Glas hier hin, zur Sicherheit. Das Bild, ich werde bitte niemals mehr relevant, mein Monopore ist jetzt schon zu schwer zu verteidigen. Klingt ja rein, du Problem. Das ist das Problem, bei manchen Sachen habe ich mehr Zeug mitgenommen, als nötig war. Das ist das Problem, bei manchen Sachen. So, Aufzug nach oben. Hm? So, auf geht es schon! So, wir müssen jetzt mal kurz dahin. Wir müssen nochmal die Dinger reinpacken. Fehlt da wirklich nichts. Jetzt muss ich die ganzen Layer wieder einzeln runtergehen. Wie schön. Warum auch immer ich da schon wieder den, wieder schon wieder den Server-Server fehlt. Oh, da ist aber jemand Salty. Das ist jetzt irgendwas zerstört, nee, oder? So. Jetzt brauchen wir ein paar Emeralds. Und wir brauchen mal kurz die Flugausrüstung für Gunpowder. Okay. 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 So, eigentlich muss ich hier noch irgendwie einen Sortierrad dran machen für Sticks. Weil Sticks sind tatsächlich ganz nice, wenn man die nicht selber craften muss, aber das ist mir jetzt erstmal nicht so wichtig. Hoch. Okay, verstehe. Der Button kommt nicht dahin, der kommt hier hin. Ist der Mechanismus das höchste, was ich in Minecraft gebaut habe? Oh, keine Ahnung. Die Raidfarm ist auf jeden Fall relativ hoch. An normalen Gebäuden wird es schwer, irgendwas zu nennen, was besonders hoch war. Was nimmt man jetzt am besten als Dingsblock für die Rails? So viel Auswahl haben wir nicht, ne? Eigentlich muss es Stein sein. Und dann sind wir noch. Und dann ging das, was... Und dann... Und dann... Und dann... So, Moment, aus der einen Kiste hole ich nochmal kurz die Kisten raus, weil ich die gar nicht gebraucht habe. Komm, wir fangen mit dem Höchsten mal an, weil ich glaube, das wird auch am nervigsten. Geh mal kurz mit dem Layer hoch. So. 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 Wir haben ja fast versucht zu sagen, dass ein Wasserfahrstuhl einfacher wäre. Aber nur fast. Ich hätte vielleicht auch mal Steine mitnehmen sollen. So, ich nehme einfach die hier, weil die müssten sich sofort abbauen lassen. Wobei, ne, nicht ohne Haste. Ich muss gleich einen mit einer der Beacons vielleicht mal auf Haste umstellen. Ich muss das ja von unten machen. Ich muss das ja von unten machen. Anyway. οιπόν. So. Noch mal. So. Du. 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 Oh. Ich glaube, eigentlich soll man das über den Wasserfahrstuhl machen. Aber ich habe nicht zuversichtlich, dass wir die... Also erstmal weiß ich gerade nicht, wie man den Wasserfahrstuhl manipulieren muss. Und zum anderen habe ich so meine Zweifel, dass wir die Villager dann einem Ding reinkriegen, oder? Wir probieren es. Wir probieren es mit einem. Pass auf, damit wir zu dem Höchsten kommen, müssen wir den Wasserfahrstuhl an der einen Stelle unterbrechen. Das ist was Besonderes, wenn du bei 2000 Tagen bist. Ich werde wahrscheinlich noch mal eine Montage machen. Ne, das ist... Ich mache das mit den Minecarts. Sonst kriege ich das... Sonst mache ich mir wieder alles kaputt hier. Wenn einmal hier Wasser runter geht, ist alles vorbei. Okay. 5 Water-MLGs maximal auf minimale Höhe ohne Totem. Mhm. Seit wann bin ich dafür bekannt, dumme Scheiße in Minecraft zu machen? Die Hardcore-Welten beendet. Also außer, dass ich einmal von der AFK-Plattform runtergelaufen bin, ohne meinen Elytra. Wo ich aber dank meiner Vorbereitung mit der Beacon, beziehungsweise selbst ohne, nicht in echter Gefahr war. Ich hab mich mehr erschreckt als alles andere. ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ach ja, stimmt, ist da, Minecrafts, Minecrafts können ja nicht gleichzeitig rauf und Kurven nehmen. Du meinst, 5 solche MLGs wären 10 Euro wert? Auf so einer Welt. Oh, da bist du aber gut dabei. Toll. Wenn wir für jeden Minecraft-Tag einen Wert von einem Cent betrachten, da sind wir bei 20 Euro für so einen MLG. Oh, da bist du aber gut dabei. Oh, da bist du aber gut dabei. Mensch, so geht's ja auch. Wie gering meine Minecraft-Welt hier geschätzt wird, Leute. Das ist eine Frechheit. Respiration ist dafür, dass du unter Wasser atmen kannst. Was du meinst, ist Aqua Affinity. Das sorgt dafür, dass du unter Wasser nicht beeinträchtigt wirst, wenn du da versuchst, Blöcke abzubauen. Beziehungsweise auch, ne, Bewegung ist Deathstrider, das ist auf den Schuhen. Wait, das müssen wir mal kurz korrigieren hier. Ich hasse es. Ja, und dann kommen nämlich solche Sachen hier zustande. Go home, Rail, you're drunk. Mein Karts können echt an der Upgrade, äh, Update gemacht. Und, jo, ja. 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 Ich finde es auch gut. Du musst du richtig, richtig? Ja. Unge doit es nicht genauああ tout man kann. RollstPassion und schneเหรуда. Any other thing sende ich da komme. Aber ich glaube, ich muss extra eine Schulcardbox mal machen für Minecart-Sachen. Auch, dass die Redstone-Kiste wieder mal ein bisschen freier wird. Darf ich den Seed in der Welt haben? Den Seed hat tatsächlich sogar schon mal jemand reversed. Aber der bringt dir nur was, wenn du halt auch in der entsprechenden Minecraft-Version startest. Also ja, ich glaube, der hat auch irgendwie bei diesen... Ich weiß nicht, ob er da mitgearbeitet hat oder ob er einfach nur die Sachen, die dafür entwickelt wurden, genutzt hat für die die Pack.bng und die ganzen Sachen rausgefunden haben. Und der hat das dann auch anfangs von bestimmten Dingen, die man in meinen Videos sehen konnte, ausprobiert. Und er meinte halt dann zu mir, hey, wenn du den Seed unbedingt geheim halten willst, solltest du keinen F3 verwenden oder so. Und da habe ich gesagt, das ist... Wenn jemand ein Ziel so sehr haben will, kann er ihn haben. Das ist mir dann auch egal. So, wir brauchen eine... ein Minecart. Beziehungsweise gerne auch zwei. So, So. So, ich gehe jetzt extra hier diesen komischen Weg rein. Will ihn so sehr haben, darf ich ihn haben. Das bringt dir halt nichts. Mit der aktuellen Weltversion. So, damit die Villager auch gar nicht auf Ideen kommen. So. Komm, geh durch. Okay, entscheidend ist der eine schon. Kommst du bitte da raus? Komm da raus! Komm aus das Glas raus! Das war nicht das, was ich wollte. Aber es ist auch so ein Ding. Minecarts ohne Passagier verlieren ja schneller Geschwindigkeit als die mit. War das denn nicht schon nur auf Reference? Ja. Wobei ich seit seinem Phase-Review die Videos nicht mehr so gut finde, hätte ich gesagt. Sieht aus wie Partner oder Prinzessin Leia. Ja, da sind auch... Wobei, ich weiß nicht, ich glaube, inzwischen sind da gar nicht mehr so wirklich die Star-Wars-Anspielungen drin. Äh, warte. Warum sind das ja jetzt... Hä? Warum sind das jetzt zwei? This is getting out of hand. Now there are two of them. Aber echt jetzt... Wieso sind hier jetzt zwei? Ich habe doch nur einen durchgeschickt. Ich habe nur einen befreit. Ich habe nur einen durchgeschickt. Warte, das ist... Oh, okay. Das ist nur wegen der Schematik. Uff, ich dachte schon, ich hätte was falsch gemacht. Aber ich habe nichts falsch gemacht. Das ist einfach nur... So, jetzt müssen wir hier... Der eine Village, den du reingeschickt hast. Halt schwanger. Spontane Entbindung auf... Und so. Spontane Entbindung auf der Fahrt. Ich hoffe jetzt nur, dass die, ähm... Dass die Villager, die... Das sind ja alles Sticky Pistons. Die schieben das ja nur einmal rauf und einmal runter. Das verlässt sich ja nicht drauf, dass das in einer bestimmten Position ist. Und so. Untertitelung des ZDF, 2020 Wow! 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 Oh! Wow! Wow! Wobei ich glaube, ich habe auch irgendeinen Screenshot, wo mir so eins mal begegnet ist. Aber wahrscheinlich dann ist der wahrscheinlich dann uralt. Was ist euer Problem? Warum müssen Villager immer genau das machen, was sie nicht tun sollen? So, du Oma, gehst jetzt bitte... So, du gehst da hin! So! Und du gehst jetzt da hin! Warum... Was ist dein Problem? Warum findest du diese Ender Chests so faszinierend? Girl! Ich hasse Villager! Ich hasse Villager! Sie verdienen nichts anderes als die Sklaverei! Ich hab's jetzt gesagt! In die Ender Chests, um frei von mir zu sein! Ich weiß nicht, ob eine Ender Chests jetzt der Inbegriff der Freiheit ist. So, jetzt ab ins Boot! Ich sehe es kommen, dass Mojang irgendwann hingeht und Villager die Fähigkeit gibt, eigenständig Fahrzeuge zu fassen. Ey, das ist gerade total augenkrebsig! Kommst du vielleicht mal hier raus? Okay, aus irgendeinem Grund hat das jetzt ihn oder sie da rausgeholt. Und jetzt go! Irgendwann werden die Dorfowohner Rache an uns nehmen. Und dann haben sie einfach das ganze overpowered gear, was sie verkaufen. und töten uns damit. Das ist zum Beispiel auch so etwas, wo ich durchaus für wäre, dass die Villager nur noch einmal halt geheilt werden können. Also kannst du öfter heilen, aber es bringt nur einmal was für den Discount. Aber dass dafür halt dann auch so Faktoren irgendwie berücksichtigt werden, wie viel Platz ist, irgendwie beziehungsweise was für Annehmlichkeiten haben sie bei der Arbeitsstelle und so. Und beim Bett. Wie groß ist das Haus? Also es ist natürlich die Frage, wie man das dann alles definiert. Und so werden auch da wieder Leute finden, um das zu Tode zu optimieren. Aber dass man halt nicht in jeder Hinsicht bestraft wird, wenn man die Villager nicht in einer Trading Hall zusammenfärscht. Weil so viel ich weiß, war die Idee der Dorfowohner eigentlich, dass du dir ein Dorf aussuchst und damit dazu ziehst und denen dann hilfst. Und ich finde, das wäre auch eine etwas weniger bedenkliche Message als, ey, du musst sie versklaven, weil sonst bringen sie dir gar nichts. Also gut, es ist ja nicht so, dass sie, dass deren Zweck ist, es dir was zu bringen, aber... Na? Es manipuliert eine politische Meinung. Okay, gecancelt in 3, 2, 1. Warte, das ist jetzt die andere Himmelsrichtung, ne? Das ist jetzt die andere Himmelsrichtung und deshalb haben die andere Präferenzen, wenn sie sich verbinden. Weil Minecraft ja nichts irgendwie mal konsistent sein kann, zumindest nicht, wenn es um Minecarts geht. Ja, ins Dorf einziehen, das habe ich, glaube ich, auch immer gemacht, sobald es Dörfer gab. Oder habe ich öfter, habe ich dann immer gemacht. Ich habe, ich habe mal eine ganze Welt angefangen, wo es eigentlich darum ging, dass ich das Dorf ausbaue und so. So richtig funktioniert das auch nicht, aber... Ich sage mal so, mir war das früher auch immer zu viel Grind, so manche Sachen. Und inzwischen... Gut, Minecraft ist auch weniger Grindy geworden über die Zeit. Das darf man nicht ignorieren. So. Jetzt bist du dran. Aber Creative, mir fällt es gerade auf, ich muss vielleicht wirklich mal in einem... ...auf Discord einen, äh... ...nen Kanal einrichten, wo Leute dann Clips posten können. So, einer von euch geht jetzt bitte durch dieses Portal durch. Ne, da braucht ihr auch nicht den Kopf zu schütteln. Sie hat schon wieder ne, ne... ...ungesunde Obsession mit der Ender Chest. Aber ihr könnt nicht, ihr könnt nicht beide auf der Ender Chest stehen. Da ist zu wenig Platz. So. Und du gehst jetzt wieder ins Boot. Ah, okay, ich kann einfach so machen. Ich muss gar nicht warten, bis, äh... ...bis die da rauskommen. so, komm... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ähm Nur um sicher zu gehen Ja, ich schieb den einfach in den In den Komposter rein, das ist okay Das ist voll okay Ja, ich schieb den einfach in den Komposter rein Reduieren, das kommt jetzt sehr gut Dann soll es Merchant, was er einmal des Riedens ausbringt Ja, es war ja des Riedens, war nie meine Idee Ich halte aber auch ehrlich gesagt nicht viel von Merch Oh Oh Ist HGLG nicht auch nur Merch von dir? Sehr aufwendiges Merch, aber Oh 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 Columns, dass die sich verändern. Rede ich von Sky Sensor? Nein, die Water Columns, die Bubble Columns, dass die rauf und runter gehen, das triggert ja auch Observer. Und das macht sich diese Farm zunutze. WTF? Wieso? Ich hasse Villager. Aber irgendwie passt der auch da jetzt nicht durch. Je nach Textrapack ist das ein Huhn oder eine Ente. Stimmt, Painterly hat eine Ente draus gemacht. Das weiß ich noch. Painterly Pack ist halt auch so ein... Ich kriege jetzt mal so den Nostalgie-Flash, wenn ich das sehe. Ja, 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 genau. Und hoch. Und hoch. Jetzt hab ich mir geschaut, ob das jetzt funktioniert, weil... Wohin ist der hier drüber geschossen? Ist nicht wirklich Wireless, oder? Wireless im Sinne von, dass kein... Dass kein Redstone auf weite Strecke benötigt wird. Kannst du bitte... Nein. Nein. Rein da. Aber wozu würdest du das brauchen? Also wenn die Chunks nicht geladen sind, was bringt es dir dann? dann 광 streaming. EÉTU 1-2-2-2-2-3-4-4-4-4-6-4-7-1-4-5-4-7-4-7-6-7-6-0,-7-6-7-6-6-7-7-6-7-7-6-7-7-7-8-7-7. was baust du euch gerade? Immer noch eine Stacking-Raid-Farm, also das Ding da nur noch viel, viel overpowereder. Und dann wird das Ding da nur noch viel, viel über die Stacking-Raid-Farm. Ich wäre froh, wenn wir 5G in Deutschland hätten. So, nur noch einen scheiß Villager. Jetzt kommt natürlich das Gewitter. Stirb. 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 So, das ist ok. Hier passiert nichts. Alles gut, nicht schlimm. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Seit ich keinen Warframe mehr spiele, ist es leider ziemlich eingeschlafen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Komm aus der Ecke da raus. Ecken sind meine Schwäche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Komm schon. Jetzt geh in die... Geh ins Minecraft. Komm her. Ecken sind... Also Ecken sind nicht meine Schwäche, aber Ecken sind ein Problem, wenn man versucht, Villager irgendwo zu zwingen... Versuch zu zwingen, dein Fahrzeug einzusteigen. Kannst du... Kannst du... Kannst du... Ecken sind Freiheitskämpfer. In Minecraft? Ja. Ach, man kann sie sogar mit dem Minecraft hier reinschicken. Boah, ich hoffe, das ging jetzt nicht schief. Allerdings sehe ich es jetzt schon kommen, dass... Dass die jetzt versucht, irgendwie hier in den Freitod zu springen. So, da ist dein neues Zuhause. Auf das du es nie wieder verlassen mögest. So, da ist dein neues Zuhause. So, da ist... So. So. Wir räumen kurz hier auf, um sicher zu gehen, dass das nicht irgendwie Stress macht. Ich fände es uncool, wenn dann hier irgendwie gleich Raid... Ich glaube, Raidmobs können... äh... Raidmobs können, glaube ich, nicht auf Shulkerboxen spawnen. Aber ich würde es nicht riskieren wollen. So. So. Jetzt können wir die Aufnahme stoppen. Oh, auf dem Discord stellen creative element aus of context. Wahrscheinlich kann man auch aus meinen Watts da schon eine Menge zusammenschneiden. Und dann kann man auch aus meinen Watts da schon eine Menge zusammenschneiden. So, jetzt müssen wir aufräumen. So, den ganzen Shit räume ich dann demnächst mal auf. Irgendwas fehlt. Soll ich dieses Texture-Pack rausnehmen? Ähm, nein. Werde ich dezent nicht. Soll ich das nicht. Soll ich dir ein besseres Texture-Pack mache? Kannst du nicht. Mal warten, das nehmen wir jetzt so mit. Genau, das Büchlein fehlt noch. So, let's go. Schauen wir mal gerade, ob wir... Ob wir die Raid-Farm schauen, ob die funktioniert. Es wäre tragisch, wenn nicht, aber ich habe so eine Befürchtung, dass die nicht funktionieren wird. Hast du schon immer das Texture-Pack? Ich habe auch mal hier Vanilla Plus benutzt mit irgendwie mit PBR und so. So, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, dass ich unten den Villager weggemacht. Genau, der hat jetzt nämlich keine... Das ist kein... Der hat keine Arbeit mehr und deshalb zählt der nicht für Raid-Zwecke. Wir können nochmal kurz Schematic... Moment, Schematic Placements... Dass uns das nicht die ganze Zeit angezeigt wird. Raid, oh, es gibt jetzt eine neue Raid-Bar. Das ist ein bisschen vielversprechend. Aber jetzt mache ich kein Damage mehr auf den... Okay, sie braucht einen Moment. Ich sehe schon Items. What? Habe ich gerade zum ersten Mal offiziell einen Raid besiegt? Also so, dass ich auch Hero of the Village bekommen habe? Also auf jeden Fall kommen da die Items. Ah, okay, wir müssen im Armour-Stand stehen, damit wir die Sachen kriegen. Aber das ist vielversprechend. Und dezent laut. Ich glaube, im Bot muss ich das anpassen. Beziehungsweise ich kann ja auch mal gerade... Warte. Frost-Tike-Creatures. Ja, gehen wir auf 50 runter. Ja, die Raid-Farm hat halt nicht offiziell gezählt. Aber ich kriege hier... Okay, ich ziehe hier Items raus. Aber XP-Technisch dürfte das auch... Natürlich auch besser sein als die bisherige Raid-Farm. Also das ist schon sehr, sehr cool. Weil das andere war halt immer so müßig. Wenn du mal rauf musstest, musstest runterspringen. Und das hier... Hier stehst du... Also ich kann es ja wirklich AFK-Farmen. Das ist total schlecht. Selbst der Fall ist auch schwer, weil... Wenn ihr euch mit einem Leren-Stand aber auch nicht weitergehen sollen. Ja, ich bin sch botten... Das wäre erlos. Und die Verderung gibt es ein wenig. Die Verderung gibt es sehr, sehr viel. Ihr relationships. Und die Verderung wird ein wenig. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr, sehr gut. Ich nehme mich jetzt hier drin. Das muss ich es einfach mal wieder los, aber ich glaube es gibt ein problem mit dem oder kann es sein dass es ein problem gibt dass die items nicht ankommen ich habe irgendwas vergessen oder hier sind items drin die nicht sein sollten aber ich habe doch die alten filter rein gemacht habe ich die falschen hopper bestückt das blicke ich jetzt nicht also die items kommen ja definitiv an ich hatte erst die fürchtung dass es das nicht ankommen wahrscheinlich hat irgendwas das überladen den sortier filter und deshalb deshalb ist das schief gegangen low stone stimmt los und kriegen wir daraus ja auch das heißt ich muss den sortier auf jeden fall noch erweitern ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wo ist das Glas? Wo ist das Glas? Das war's für heute. ich bin gerade verwirrt das hier sind hier drunter da sind die die hopper die sortiert werden müssen wenn ich das richtig verstehe aber das da funktioniert wohl nicht ich verstehe es nicht normalerweise mache ich es ja auch anders aber normal ich verstehe gar nicht weil keiner von den hoppern zeigt in die hier müssen doch eigentlich die hier müssen eigentlich doch in den hoppern in den comparator zeigen ja weil die hier das sind die die das sind die hopper in die das wenn die sachen da schon aufgefangen werden dann kriegst du die sachen ja nicht mehr aus dem system raus also warum auch immer das hier falsch ist jetzt fehlt mir aber ein hopper so jetzt reagiert nämlich auch der der comparator so 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 nein wo sind jetzt die comparator sind so 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 wo sitzt der andere hopper hin so nicht die angst der comparator so rum nicht der hopper so dann machen wir den hier weg wir müssen doch jetzt einmal die chests leeren so 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 ich finde es gerade erstaunlich dass das funktioniert wohl da da immer noch ein observer fehlt warum fehlt da ein observer also dafür dass einiges fehlt es ist erstaunlich stabil so pass auf die emeralds kommen erst mal hier rein spinnenaugen das kann hier rein das kann gleich alles die spawnen so so sollen wir das noch mal probieren ich habe es geschafft die weppen zu horchen dann darfst du mir später gerne erzählen wie das funktioniert weil ich habe ja auch noch was vor super jetzt sind hier weg ist es okay ich kann auch noch was das hier soll was ist der sinn von diesen komp- von diesen observern ich traue mich nicht zu fragen ja ich will mir auch ein chinchilla wappen machen ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die füllen sich Ich ahne, schlimm ist, wenn du ein Wappenpack für mich machst Ich ahne, schlimm ist, wenn du ein Wappenpack für mich machst Hab ich's kaputt gemacht? Ich ahne, schlimm ist, wenn du ein Wappenpacker bist Okay, immer hier hin zu müssen, wenn man hier drauf kommen will, ist nervig Aber was ist jetzt der Zweck von diesen Observern? Okay, der eine Observer soll, glaube ich, gar nicht da sein, oder? Das ist ein Observer zu viel Das ist nur, weil der, weil der Pisten die verschoben hat Hä? Genau, jeder Zweite soll das auslösen So, das hier muss ich noch anpassen, dass ich hier dann später Sticks und Glowstone rauskriege Aber das ist kein Problem Ich würde gerne jetzt, aber nochmal mit Sicherheit wissen, dass die Farm ordentlich funktioniert Die Farm hat jetzt noch den Vorteil, wir können uns da problemlos Bad Omen holen So, das ist dafür, glaube ich, couple half das ist dafür, glaube ich, wir können uns da beimes IR Wir können uns da leben, aber wir können uns da leben Darf ich jetzt für dich geht Wir können uns da nehmen, wir können uns da benehmen Wir können uns da nehmen, aber uns da nehmen Das ist HER einfach nicht Du bist das, glaube ich, nicht clever Der kann man sich hier Das ist das ist das Und die Farm hier müssen wir dann gelegentlich mal benutzen, um die Captain Bank wieder aufzufüllen. Boah, Delfine sind auch OP. Oh, ich verstehe, was ich gemacht habe, oder? Da sollte nur einer hin. Oder? Und der hat den immer hoch... Wobei, das kann auch nicht sein. Das ist ja ein Sticky-Pist. Der hat den immer wieder hochgezogen. Ich kapiere es gerade nicht. So, es dauert jetzt ein bisschen, bis das in Bewegung gekommen ist. Boah, guckt euch die ganzen Items an. Das ist jetzt gerade, wenn das funktioniert, der Sprung vom Smaragd-Millionär zum Smaragd-Milliardär. Das ist jetzt die ganze Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aber irgendwie habe ich das Gefühl, also entweder muss es noch warm werden Oder es funktioniert nicht so ganz reibungslos, dass da immer noch so Pausen zwischen den Raids drin sind Aber ich glaube, dafür brauche ich eine Replay-Mod-Aufnahme, um das zu troubleshooten Sollte 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 So, die Raidleiste weiß auch überhaupt nicht, was sie mit sich anfangen soll. So, die Raidleiste weiß. So, wir gucken noch gleich ins Sortiersystem. Aber ich würde behaupten, das ist sehr, sehr gut. Und wie gesagt, das hier, das passe ich noch irgendwann mal an. Aber das hat nicht so eine hohe Priorität. So, es gibt eine Amtshandlung, die ich jetzt, wo wir die XP haben, noch erledigen möchte. Warte, wir nehmen kurz... So, das Redstone-Kit kann wieder da rein. Das nehmen wir mit. Und das muss ich dann irgendwann auf Screen mal wieder auffüllen. Und wo ist das Baum-Kit gewesen? Baum-Kit habe ich kopfüber platziert. Gut, es gibt eine Amtshandlung, die wir noch beenden müssen. So, habe ich meine blaue Stülkerbox wieder? Das Chiller-Wappen-Ding mache ich selber. Ich brauche kein komplettes Wappen-Pack. Ich brauche nur eins. Ich muss nur einen Wappen austauschen. Zwar tendenziell den Daumen, weil ich den halt in den Kampagnen habe. So, 69 Level, aber wir benennen das jetzt um in... ...der heilige Gummiknüppel. Ähm, doch, das lässt es zu. Das lässt es zu. So, jetzt haben wir schon mal die eine Waffe. Ich mache vielleicht noch eine Sharpness-Variante davon. Und Rüstung müssen wir dann auch noch beiseiten anlegen. Wobei ich glaube, das wird dann schon... Das wird schon ein ziemlicher Nerf, wenn ich beides gleichzeitig habe. Ich bin mal gespannt. Aber vielleicht zwingt es mich dann auch mal ein bisschen vorsichtiger zu spielen. Gerade wenn wir dann doch mal gefährlichere Sachen machen. Aber jetzt ist es auch halb eins. Ich werde vielleicht noch ein bisschen bei der Farm rumtesten. Aber das muss jetzt nicht mehr im Stream passieren. Ich danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.